SRH 440 – professioneller Kopfhörer für Monitoring und Recording Der SRH 440 bietet eine präzise Audio-Wiedergabe über einen erweiterten Frequenzbereich und ist damit optimal für Monitoring, Home- oder Studiorecording. Der verstellbare gepolsterte Kopfbügel gewährleistet hohen Tragekomfort. Zusammenklappbares Design für einfache Aufbewahrung und Transport. Ein einseitig geführtes 3 Meter langes Spiralkabel bietet ausreichend Länge. Mit dem Bayonet-Clip lässt sich das abnehmbare Kabel sicher an der Ohrmuschel befestigen. Professioneller Sound für Monitoring und Recording-Anwendungen von der Marke der Musiker seit Generationen vertrauen.